Hallihallo, hallö schon meine lieben Freunde und herzlich willkommen zurück zu Warframe. Ich bin auch wieder mit der Stadt, ist der Hotscope HD, Mr. Hotscope HD. Mann, der Typ da. Sag hallo. Ja, der Typ bin ich. Was geht? Moinsen. Joa. Okay. Ich habe mir noch nichts gekauft. Ich bin zwar das letzte Mal hier abgefahren auf die Waffen, aber ich habe mir noch nichts gekauft. Oh, willst du dir noch was kaufen? Ich bin mir nicht so richtig sicher. Ich weiß nicht, wie schwer wir diese komischen Credits, die 20 verdient haben. Oh, du kannst ja auch Skins kaufen. Ist ja geil. Warframes. Warframe Blaupause. Aber die sind ja 25.000 oder sonst was. Also das ist, glaube ich, ich weiß nicht, wie viel man verdient. Das ist das Problem. Ausstattung, Pakete. Ey, wo steht denn bei dir Warframe Blaupause? Wenn du auf Warframes oben gehst, steht links unten Warframe Blaupause. Warframes. Warframe Blaupause. Und dann auf Waffen. Äh. Ach, Warframes. Ja, ja, ja. Ja, Moment. Ja, gut, ne. Ich war ein bisschen hintereinander. Äh, hinten dabei. Hab's auch verstanden. Ja. Oh Gott. Er hat sich schon gerade nicht verstanden. Er war ein bisschen hintereinander. Gut. Okay. Das ist schon mal schön zu wissen. Mann, kritizier mich nicht. Kritizieren? Aha. Okay, was ist denn los mit dir? Kritizier mich nicht. Was ist los mit dir? Erst Unkel und jetzt kritizieren. Kritizieren. Was haben wir denn hier? Was ist denn das? So. Okay. Gut. Alter, was ist denn das? Oh, die Dinger schaut geil aus. Die Paedra Blaupause. Warum hast du denn jetzt gerade auf dieselbe Glut wie ich? Ist das irgendwie, das fällt auf. Oh, da schaut die geil aus. Das ist ja, das Ding ist länger für unser ganzer Charakter. Ja, ne, die Paedra-Ding da. Die muss man gerne angucken. Ui, 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 ui. Also, eine Schönheit. Die schaut ja geil aus. Die Soma gefällt mir. Die Soma? Die ist, oder Meisterschaftsrang zu machen. Ah ja, Soma. Ui, der Händnis Magazin ist cool. Aber hier, Feierbogen in so einem Meisterschaftsrang ist gar nicht dabei. Ach, guck mal, hier haben wir. Ach doch, hier. Und zwar der Mutalist. Ja, Mutalist. Wie sieht denn der aus? Oh, fett, Alter. Der ist aus Knochen gemacht. Mit Knochenpfeilen. Cool. Oh, mein, mein. Gut, ähm. Ist mein Rang noch zu niedrig? Aber ich, ähm. Moment, Moment. Warte mal, der hat Einschlag, 202, Durchschlag, 11, 3. Wir haben ja da unten die Schmiede freigeschalten. Und da können wir uns ja dann die Waffen schmieden, wenn man sie gekauft hat. Ich hab hier noch die Börsen. Die dauern dann zwölf Stunden zum Schmieden. Und da brauche ich jetzt noch ein bisschen was. Ähm, gut. Ich denke mal, das wird mir dann alles jetzt während der Quests... Während den Quests bekommen. ...und ja, gut. Oh, was haben wir denn hier oben, ne? Sind da noch Waffen? Was hat denn mein, mein, was ist denn mein derzeitiger... äh, meine derzeitige Waffe für Studs? Mein Feiernbogen zum Beispiel. Warte mal, der steht doch im... Im Arsenal, ne? Im Besitz steht doch da irgendwo. Ja, im Besitz, die Börsen, die hab ich mir ja gekauft. Äh, 1908, die hat einen Schnitt von 1908. Ähm. 105 Durchschlag. Also Durchschlag ist sozusagen, ähm, der Schaden, den es macht, denke ich mal. Ja, dann... Jo, vermute ich mal. Äh, ich find die gar nicht. Oder beziehungsweise, ich find den Bogen nicht. Da hätt ich hier einen Durchschlag von 10 nur. Aber hat einen Einschlag von 180. Aha. Oh, und danach kommt... Dann haben wir hier einen Durchschlag von 144. Und das scheint ja der Normale zu sein hier, ne? Der Paris. Oh, ne Moment. Warte mal, schau mal rüber. Paris, 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 Paris. Weil das sieht irgendwie so aus wie der jetzige. Jo. Oder vielleicht ist das ein Upgrade von unseren jetzigen. Er hat Ähnlichkeit. Aber warum... Bewältigt von Befeil, schießt er Bogen, Pfeile und Aufpräck, giftige Versäulchung verbreitet. Hm. Also mich würde dann schon hier der hier oben am meisten interessieren, muss ich sagen. Was sind das für ein Ding, die heint? Puh, alter. Ich glaube, ich werde mir diesen Pfeil und Bogen hier oben zulegen. Welchen? Den... Gibt es Janos? Janos? Ah ja, hier. 20.000. Cool. Man muss aber nur noch ein bisschen farmen. Boah, mal gucken, ne? Ich habe keine Ahnung, wo man das herkriegt. Jo, falls das von euch jemand weiß, könnt ihr ja mal unten in die Kommentare schreiben, wo man die ganzen Teile für die Waffen herbekommt. Ähm, ja. Ah ja, hier zum Beispiel steht schon... Ich denke mal einfach Level-Spiel. Jo, genau. Guck, hier unten, Fairhead habe ich zum Beispiel 735 von 1000. Ja, da habe ich 594. Ja, gut. Ähm, ja. Ich schaue mal schon, was wir jetzt auch noch haben. So, die Blautausen habe ich mir mal gekauft. Vielen Dank für den Einkauf. So, also wir haben jetzt den Everest und den Mantle. Die haben wir jetzt immer noch offen, also haben wir die noch nicht gemacht, weil die letztes Jahr verschwunden ist. Okay, dann machen wir mal Mantle. Dann machen wir mal Mantle. So, ich klicke schon mal drauf. Ja, mach das mal. Ähm, ich kann... Stimmt für Mantle und ich kann gar nichts machen, was? Du kannst annehmen. Ach, hier muss ich annehmen. Ja. Da muss ich erst Escape drücken, das wusste ich nicht. Echt? Eigentlich kannst du oben links auch annehmen? Also zumindest war es bei mir so. Du hast wahrscheinlich gestimmt dafür. Naja. Keine Ahnung. Auf jeden Fall geht es in zwei, du... Jo. Ich habe bald neun Bogen in 2000 Jahren. Und ich schau mal, dass ich meine Teile für die Bürsten zusammenbekomme. Also das ist total verwirrend, dass du in dem Ladescreen die Maus bewegen kannst. Und da kommt der Hatskope. Boah. Verwirrend. Ah, wir zwei Special-Bogen-Schützen hier. Gut, Plünder. Sammle vier Energiekugeln. Wir sollten vielleicht auch mal zuhören, was die am Anfang sagt, was wir machen müssen in deiner Mission. Weißt du das? Aber das Mantle ist doch das, wo wir alleine waren. Klar gab es das schon. Ähm, ja, jetzt wo ich die Karte sehe. Du, hier hast du... Ne, da waren wir sogar... Ne, da... Mit dem Gehirn. Hier liegt das Gehirn. Ne, ne, ne. Das ist eigener. Das war, das war diese erste Singleplayer-Mission. Genau, aber diesmal erscheint sie nicht, ähm... Stats? Vielleicht ist das so in der Art wieder aufgebaut, wie die erste Singleplayer. Ja, genau, da liegen die... Ah, da ist einer. Zack. Zack. Ey, was ist denn das? Gott, oh Gott. Zack. Zack. Kriksack. So, da haben wir schon einen Plünder. So, was haben wir hier noch? Kann man die auch mal? Wir haben diese Kisten. Oh, ich hab Credits. Nochmal Credits. So, ich schau mal, ich plündere hier hinten mal ein bisschen die Spinde. Ja, du spindest doch. Ich spinne doch. Dankeschön. Hast du da jetzt noch was liegen gelangen oder hast du alles geschnallt? Äh, ja, hier liegt noch ein bisschen was rum. Da oben liegt auch noch ein bisschen was, hier. Geiß ja. Ach ja. Ich hab noch ein paar Kisten gefunden. Ne, hier liegt doch nichts mehr. Oh, Kisten und Spinde und alles und... Oh, meins, 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 meins. Nein, nein. Meins. Meins, meins. Meins, 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 meins. Ah ja, jetzt hab ich schon wieder so ein bisschen verriegt bekommen. Was, Hämorrhiden? So. Er hat Hämorrhiden bekommen. Nee, Hämorrh... Nein, Hämorrhiden doch nicht. Hämorrhiden. Utsu, 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 utsu. Oh, Alter. Oh Gott, was war denn jetzt los, ey? Ich hab totale Frame-Einbrüche in dem Spiel jetzt Tau, was ist los hier? Oh, da hab ich aufgehangen Da oben ist noch einer Zack, bitteschön Jetzt schnapp doch mal alle weg, ja Wir hätten keine Spielpause machen sollen Wir hätten durch aufnehmen müssen Mein Skillwurf läuft's gut Und jetzt so wieder, aah! So, okay, wer ist, Muni? Ähm, hallo? Äh, hallo? 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 Da bin ich Da bin ich, ja, ich seh mich die ganze Zeit Aber da bist du, das würd ich sagen So, oh, alter ist das geil gemacht hier Schau mal hier rüber Oh Gott, da oben ist einer Mehrere Nein, die haben Alarm gedrückt Oh je je, deswegen Wo zieh ich denn hin? Da war doch einer da Oh je je, die haben's ja ganz hinter auf die Insel Gezogen Danke Bitteschön Ich kann's nicht eins Aber warte mal Ich kann ja nicht sein, dass wir da sind Und das alles war So Und hier ist nix Ich bin out, da ist noch eine Kiste Hat die da So, credits Da ist sogar noch ein Gegner irgendwo da Der Onkel, der rennt schon wieder ganz weit weg Da war noch einer irgendwo Ei, ei, ei Alter, ich hab's voll verzogen Aber schon trotzdem getroffen Dazu, hier kommen noch ein paar Alter, wo? Treff ich nicht Treff ich nicht Jetzt, da Da kommt noch einer Gott, meine Mausempfindlichkeit ist viel zu hoch Deswegen treff ich auch nix Aua Aua Wo denn? Oh Gott, da oben kommen noch ganz viele Oh Gott, Onkel, ich brauche dir ne Hilfe Platzhaft? Du rennst schon ganz weit weg Oh Gott, oh Gott, oh Gott Warte, ich komm gleich Da wird noch ein Gegner So, ich komme Obwohl, hinterher rennen tun sie mir nicht Doch, tun sie Ei, ei, ei Was ist denn da wohl? Die, 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 die hier an der Wand nageln Die, die, die irritieren mich total Ja, ich schieße auch immer auf die Achso, wir wollen ja hier unten gucken Mensch Ich bin hier jetzt hinterher gelaufen Oh Gott Weißt du was? Ich nehme jetzt meine Ich stole Zack, weg hier So, lass mal die Richtung dahinter laufen Die kommen hinterher, wenn sie was wollen Oh Gott, der hat nen Sniper Hier geht's aber auch rein Beste, Beste, Kiste Du machst das schon, ich plunde alles, okay Oh Gott, oh Gott, oh Gott Da geht's jetzt mal richtig ab hier Fuck, elektrisiert You are surrounded by Grineer Marines Wo, wo, wo Oh Gott Was ist denn heute mit dem Spiel los? Hinten die Onkel? So Ja, ja, Hauptsache wieder die Spinde leer machen Dass da Hartscombs bekommt Das ist schon super, alles weg Oh Gott Alles meine Kisten Boah, du Drecksack 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 7 Kisten Ach ja, dass wir den looten Das gönnen wir uns beide nicht Oh, von irgendwo, wo ich bin schossen Oh Gott, hier sind ganz viele Oh, ein Hund 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 Oh, fuck, 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 ich geh weg Ich kann nicht schießen, wenn ich lach Das ist unfair Ich verziehe mal Komm doch, Ruf, Ruf Ich brinn den Geld Aua Oh Gott, ich habe mich selber elektrisiert Oh Gott Oh Gott Oh Gott Oh, okay Oh Gott, oh Gott, oh Gott Tod Oh Oh, da schießt du dir schon. Oh, ne, 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 ne. Wo? Zack, elektrisiert. Oh, der steht noch. Der lebt noch. Oh Gott. Aber guck mal, hier geht's runter. Achso. Da oben ist einer. Den hab ich. Okay. Ich lauf mal so ein bisschen rechts rum. Wir teilen uns mal so ein bisschen auf. Oh Gott, was ist denn los? Jetzt hab ich genau das Problem, was du hattest. Ich hab grad auf 8 FPS gespielt. Oh Gott. Und? Oh. Das sieht so. Oh Gott. Was ist denn? Oh, ich. Oh, ich. Bitte. Oh. Oh. Oh Gott, oh Gott. Ich hatte hier, glaub ich, grad 10 Hunde um mich. Stufe aufgestiegen. Yeah. Da läuft einiges rum. Uiuiui. Krass, also ich glaub, ich sollte jetzt auch mal mehr auf Distanz spielen. Am Anfang war das ja noch so mehr, du konntest doch so reingehen, weißt du? Und da, da kam nicht so viel. Aber jetzt? Er hat ja auf einmal 10 Hunde um mich. Krass. Ich bin einfach an dem vorbeigelaufen. Oh, Kiste. Tag, meine. Ja, wir sollten eigentlich mal... Wir sind so gierig, dass wir die Feinde total stehen lassen und so. Ja, hallo, es geht nichts über Credits. Außer noch mehr Credits. Bist du hier üben? Ähm, warte mal. Wir müssen hier vorne rechts weiter. Da runter. Ja. Hier kommen wieder ganz viele. Was ist denn hier? Oh, ich hab ne neue Karte aufgehoben. Du, mach du nur. Ich hab mir hier noch ein paar Credits. So, okay, wo bist du? Äh, weiter vorne, wo mir was... Du hast mir was steht. Du hast mir was liegen gedacht. Und zwar so ne Karte. Ah, ich glaub, die sind klassenspezifisch. Die Taten. Weil ich hab auch eine aufgesammelt. Ah Gott. Stirb jetzt. Oh, da hinten stehen drei Stück. Tritt mit im Kreis. Ich geh mal so ein bisschen hier rum. Da kommen noch welche. Oh Gott, oh Gott. Oh Gott, nee, mir ist gerade irgendwas explodiert. Oh, Alter. Was ist das hier? Oh, Alter. Oh, Alter. Oh, ich hab auch irgendwie so Haftbomben. Da kann der noch wie Zugelaufen. Oh Gott, also ich merk schon, also... Oh Gott. Ich bin jetzt mit meiner Maus drüben an meiner Apfälsaftflasche. Ich merke schon, so ein Gewehr-Gewehr-Fall glaube ich gar nicht so übel Aber da kommt wieder ein Wuff-Wuff Obacht, hinter dir kommt ein Hund hoch Oh ja, komm Aua, schon wieder Hund ist kaputt Du wär aufgestiegen Oh, jetzt ruggelt's, wer wir auch Warte, was hier abgeht Alter Schwede So, warte mal, hier war irgendwas Ich glaube, wir sind noch völlig falsch, aber Nee Warte mal, ich hab glaube ich Luftunterstützung angefordert Jetzt erst lesen sollen wir vor ich zurückgehen Ob zu lachen Ja, Hauptsache Es kommt irgendwann die Einsicht Ja Was hier los ist Ob das hier unendlich Gegner sind Weiß es nicht Aber irgendwie hab ich das Gefühl Hä, von da kamen wir ja Warum rein, warum lauf ich denn da wieder lang Ja, aber irgendwelche Gänge haben wir auch noch verpatzt Also wir sind nicht überall langgekommen Ähm, ja Ähm, gut, ähm, wir müssen da links runter Da kommt zum Beispiel schon wieder einer Boah, ich hab hier einen Haufen Weißer eigentlich genommen Echt, du hast noch welche? Brauchst du Hilfe? Nö Oh Gott, mir kommen auch wieder welche Die krieg ich schon hin Kein Problem, alle tot Aber irgendwann muss ich jetzt auch mal wieder gut sein mit den Gegnern So, da unten liegt noch ein bisschen Loot Okay, ich bin jetzt hier auf einer, ähm, auf einer Stelle, wo wir noch nicht aufgedeckt haben So, ich lauf jetzt mal Richtung Oh Gott Ziel weiter Loot, zwei auf einmal Zack Was kommt schon wieder von dem Ding so weh So, der Nächsten Oh Gott, bei mir kommen wieder Ein paar mehr Na Gott, stirbt euch jetzt So, ich geh mal da rechts runter Oh Gott Alter Das ist so eine Granate Die haben Granaten Die fahren einen hinterher Oh Gott Übelst krass Wie krieg ich den Scheiß ab? Oh Ich hab jetzt zwei Granaten Wie krieg ich den Mist ab? Ich weiß jetzt nicht Tut mir leid Ah, da ist schon wieder so ein Köter Hau doch jetzt ab Die halten aber auch was aus Sie klebt so richtig verkrüppelt da Ja, aber es geht die Peile mehr, oder was? Kann gut möglich sein Oh, meine Peile sind alle Du musst so ein bisschen aufheben Kannst ja Munition aufheben Ich soll mal vielleicht auf dich warten Ich renne hier ganz weit voraus Aua Ich glaub, du bist hier hinter mir Nee, ich bin vor dir Hier unten im Tunnel Naja, ich bin da schon lange auf einer vorne Oh, ja du bist Du bist der komplett falsche Richtung Was? Wer sagt das? Ich? Ja genau, du musst hier runterkommen Schau Warum? Hier ist noch ein Stück Achso, du meinst die roten Punkte ist jetzt ne? Ja, wir sollten langsam weitergehen Ja, wer sagt Ja, aber ich bin doch hier an einem Kartenteil Wo ich noch nicht aufgedeckt ist Ja, aber wir müssen zu dem roten Punkt dahinter Ja, ich komme Ah Oh, 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 Alter Fuck Ach Gott, wo bist denn du? Matt, wo bin ich denn? Oh, ich warte mal auf dich Ich komme Komm, ich habe eine Menge an Geister Äh, Feinden gehabt Ah, da kommt noch mal einer auf dich zu Boah Okay, ich hab grad wieder ein Ruckelproblem Was ist denn da nicht los? Alter, warte Ich mach mal ganz kurz So Okay Aufnehmen, was wieder an Meine Fresse Ah, das ist nervig Ich hab das aber heute auch nicht Ich glaube, ich muss das nächste Mal vorher ein bisschen Mal nachschauen Ich habe ständig solche Frame-Einbrüche Weißt du, ich gehe von 60 auf 8 FPS Runde Und dann haben die Zuschauer immer hier so ein Da, ganz schön wieder Einfach Ich kann nicht auf ihn schießen dann So ein Feigeschwein So Komm mal hier rüber Wir sind hier drüben, sind noch die Feinde Wir müssen immer noch weiter Ja, ich komme Mein Herr Ich bin auch nicht so für, dass hier überall Feinde sind Ah, genau daneben So, da ist er, der Onkel Ich komme Komm So, ich hab da hinten ein bisschen aufgeräumt Wir würden hier alle wieder da sein Ist grad ein bisschen undurchsichtig, das Level, muss ich sagen Oh, ich hab keine Pfeile mehr Oh, Todesengel Okay Oh, der wirft so eine Bombe Ist halt ziemlich schnell, das Spiel, da Was ich auch wieder ultra cool finde Oh Eieiei Stöp doch jetzt Alter Eiei, wo müssen wir denn hin? Ah Ich glaube, wir müssen da runter Ich weiß, ich bin da hinten schon So, ein bisschen Aua Oh, du gehst schon ganz hinten Der Onkel ist schon ganz weit hinten Na, siehst du Nein, jetzt hab ich wieder Freimane Brüche Das gibt's doch gar nicht Was ist denn los hier? Ich muss schon wieder mal ganz kurz Ich riegel hier oben Das gibt's doch gar nicht So, ich bin wieder da Entschuldigung, ich hab keine Ahnung, warum ich jetzt hier ständig die Aufnahme unterbrechen muss Also irgendwas stimmt mit dem Spiel heute nicht, definitiv Aua Oh Gott Aber du musst dich halt auch extrem schnell bewegen, wenn du Oh Gott, ich bin gleich tot Ich bin tot Warte, wo bist du? Oh, du musst mich wieder aufheben? Ja sicher Ich guck dir den Arsch weit zu halten Hier Ja Warum? Oh Oh Habe ich dich jetzt getötet? Habe ich dich jetzt getötet? Oh Oh Gott Entschuldigung Leg mich einfach rum Oh nein Ich wusste nicht welche Taste ich drücken muss Bestimmt X Oh jetzt, kannst du jetzt wieder einsteigen oder wie denn das? Ich bin schon wieder da Okay, gut Oh, was muss ich denn hier machen? Oh Scheiße, Entschuldigung Oh Gott, was muss ich denn hier machen? Achso, du musst jetzt zusammen Völlig die falsche Taste gedrückt wahrscheinlich Okay Äh, ich hab hier oben mal gehackt Oh Gott Alter Legt mich mein eigener Teamkamerad einfach um Oh, was hält denn der aus? Der hat irgend so ein Schutzschild Alter Ich werd hier von allen Seiten beschossen Oh, ich hab irgend so ein Gegner glaube ich so ein Post oder was das ist vor mir Oh Gott Boah, ich bin grad hier mega abrackert Boah Siehst du mit meiner Anarchie aus? Was schluss ich denn die Anarchie? Rechts unten, links oben, oder? Rechts unten, ne? Ich will vor irgendeinen hier attackiert, der will nicht down gehen Oh Gott, was ist denn jetzt los? Alter, wo bist denn du? Hier vorne Oh Gott, jetzt ist er tot Ich Bin ich falsch oder du? Ich hab keine Ahnung Oh Gott Ich glaub ich hab Du rennst vor den Gegner weg Ich hab ihn Schau mal, ich fang ihn Mission erfolgreich Ich hab ihn Du hast den Captain alleine bis ich tritt, oder? Ja Na super War zwar ein bisschen schwer, aber Oh Gott So Schau die Gegner noch ab Ähm Hier unten können wir dann gehen, aber ich komm nochmal zu dir hoch, vielleicht noch ein bisschen Loot da Oh ja, hier liegt noch ganz viel Loot Oh mein Gott Oh mein Gott Alter, als der Blitz auch so weit in die Entfernung geht Boah Das hab ich aber auch hier richtig zu tun gehabt Während du da drinnen mit einem rumgemehrt hast, hab ich hier richtig zu tun gehabt Richtig krass Alter, der, 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 dieser Captain, der war vielleicht nicht grad ohne So, ähm Wow Geil Oh Gott, was hat denn der für Waffe Du Dreck Also wir haben ja so viel liegen lassen in dem Level Oh ja Ich glaubst du ja gar nicht eben Aber ich kann auch nicht mehr aufnehmen, was da alles liegt Das ist ja meistens ja Gewährmonie Ich will da ne Karte bekommen Da schluss ich schon gerne nochmal in die Heimat zurückgehen Binde 20 Mods Okay Was haben wir denn hier? Wir müssen da hinten so ein grüner Punkt Ich glaub wir müssen da Ja, wir müssen gehen Jetzt lassen wir wieder ein bisschen zurücklaufen Da kommen noch genügend Wir müssen wieder zum Schiff zurück Oder mit was wir auch immer hergekommen sind Sehr schön Onkel Was, 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 was Sehr schön Mach weiter so Oh mein Ach du kacke Ich kann dir sagen, hier gibt es noch so viele Räume, wo du noch Sachen holen kannst. So, es gab nicht hier hinten, da war man schon. Halt die Fresse. So. Wow. Boah, aber es ist ja nicht mit meinem Skill los, ey. Ne, ich bin zuhause gesprungen, ist das giftig? Ne. Jetzt ist er auch noch weg, der lieber Hardscope. Also heute hat jemand etwas dagegen, dass wir zusammen zacken. Das würde ich so mal ganz stark behaupten. Ist er denn jetzt auch noch da? Also im Spiel? Das weiß ich gar nicht. Oder ist er jetzt komplett aus dem Internet geflaggt? Das wäre jetzt natürlich nicht so berauschend. Okay, boah. Ich muss sagen... Ich schwitze ein bisschen, muss ich sagen. Ganz schön zu tun hier. Ah! Ich bin jetzt gerade noch ein bisschen am Warten auch. Ich habe gerade keine Ahnung, ob er noch da ist, ganz ehrlich. Ich weiß es nicht. Durch den Arsch. Mein Gott, das hat doch die ganze Zeit funktioniert. Das hat's gut, wer jetzt geht. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott! Ja, okay, da gehen mal wieder die Frames runter. Wiederbelebung. Ja, muss ich mal machen, weil... Ich habe keine Ahnung. Ich habe gerade keinen Kontakt zu Hardscope. Keinen Kontakt zu Hardscope. Der Drecksack. Aber ist er jetzt weg? Oder ist er jetzt noch da? Also im TS ist er nicht mehr? Aber sieht man das irgendwo? Wird er irgendwo angezeigt im Spiel? Ich weiß es nicht mehr. Ich muss ehrlich sagen, ich habe die ganze Zeit... Die ganze Zeit auch nicht drauf geachtet. Aber angezeigt wird. Also was ich weiß, diese Mission ist hier schon etwas heftig. Das ist schon geil. Definitiv kein... Kindergarten! Alter! Und dann kommt die noch überall her. Ich verschwinde aufs Schiff. Das ist mir zu viel hier. Kann man hier noch? Wir haben uns sogar noch Kisten. Meins, meins. Das ist mir zu wenig. Keine Ahnung. Hier hinten haben wir noch ordentlich Sachen vergessen. Und ich glaube der Hardscope... Ich glaube der ist komplett weg. Ich denke mal, das ist genauso schlau wie ich jetzt und spielt einfach weiter. So, gut, jetzt wir haben es geschafft. Wow. So, ja, ich habe keine Ahnung. Ich habe wirklich keine Ahnung, was jetzt mit dem Hardscope ist. Dann würde ich jetzt sagen, mache ich jetzt hier den Part erstmal zu Ende. War auf jeden Fall genial. Hardscope wird sich bestimmt noch melden. Da wird es abgeschrieben. Moment, ich gucke mal. Sein PC ist einfach abgestürzt. Aha. Okay. Ja, irgendwas ist hier los. Und da würde ich jetzt sagen, werde ich hier mal diese Mission verlassen. Und dann sieht es nämlich so aus, dass wir diese Mission noch mal wiederholen müssen. Für den Hardscope. Ich habe sie ja, aber es war gerade Action pur. Ich glaube, das kann man schon noch mal machen. Wie viel Geld habe ich sie jetzt überhaupt bekommen? Ups. Dies war es falsch. 6.000. Also kriegt man eigentlich schnell das Geld zusammen. Okay, das ist cool. Befallausbruch... Befallausbruch... Sachs Europa Detroit... Injector 2... Was? So, kann man hier schon irgendwas machen? Nicht gegen den Komponenten. Plastidigallium... Also Ferrit haben wir jetzt alles. Und Plastidig... Ich denke mal, das kriegt man dann in den höheren... In den höheren Levels. Ja, liebe Freunde. Dann würde ich sagen... Die CPC ist einfach abgestürzt. Oh mein Gott. Ja, mal schauen, wie wir das regeln. Die ganze Sagen. Kann ich hier eigentlich noch die Karten verkaufen? Fortspreis Universum. Waffengegner Mods. Da werde ich mich natürlich auch nochmal... Da werde ich mich jetzt natürlich auch nochmal ran machen. Ich glaube, das... Ich weiß nicht, da mache ich das jetzt in der Aufnahme Pause. Oder mache ich das jetzt noch fix? Die Mods fix einbauen. Wo waren denn die? Hier war das doch, ne? Hier waren die Mods. Da haben wir richtig ordentlich. Aber die kann man dann umwandeln in... Verkaufen. Für Credits. Okay. Was heißt denn? Wähle zwei Mods und mehr, um Umwandlung zu beginnen. Aha. Okay. Hier haben wir Moden. Moden. Jetzt kannst du Mods modden. Und dann... Ich habe auch überhaupt keine Ahnung. Wie das nochmal mit den Mods war. Ich muss mir das nochmal angucken. Das mache ich am besten in aller Ruhe in der Aufnahme Pause. Und dann würde ich sagen, im nächsten Part geht es da weiter mit dem lieben Hardscope. Und da ist er auch nochmal ganz kurz. Und... Ja. Da würde ich sagen... Da kommt der ganze Rund. Da würde ich es noch in meiner Aufnahme Tschüssi sagen. Ah. Ja. Okay. Also dann. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Tschüss.